Wendelin Lewecke, des Krimi-Heftsche Ich sah die Mauer Stück für Stück auseinanderbrechen. Große Mauerteile wirbelten nach unten, krachten auf die Häuser nebenan, drückten deren Dächer und Mauern ein, und in dem Augenblick gibt's einen Ruck, und im Lesen fällt sein Heftsche auf den Boden. Eben noch hat er sich in Gedanken geduckt vor stätzenden Mauerresten, jetzt hängt er ziemlich dick frau über ihm. Ein Mann hält sich offen an der Stang fest und danzt wie auf dem Seil. Der Trambahnfahrer flucht und bimmelt das Auto vor der Trambahn, das schuld an dem ganzen Waffel war, drückt sich langsam beiseit. In der Zeit, wo das alles passiert ist, seht sich der Mensch, der in der Trambahn am Lesen war, können die schon längst von mehreren Mauern erschlagen, durch den Kopf geschossen und von einem Maschinegewehr in das Sieb verwandelt worden sein. Jetzt hat der Tramdänzer im Gang auch nochmal Krimi-Heften mit der Fiesfahrt geschubst. Woher soll ich dann jetzt wissen, auf welch weiß ich von denen verschiedene Todesarten gerettet wird? Ich muss doch weiterleben für das Heft Nummer 1171. Von dem außerordentlich ufrischenden Ereignis, das sich darin fortgesetzt hat, dass sich die Trambahn nach Beruhigung der Lage wieder in Bewegung gesetzt hat, bleibt noch zu vermeldet, dass dem Krimi-Leser sein Heftsche als Zweiter fortgeschubst worden war, so dass Chaos nicht mehr bestand, er könnte es vielleicht nochmal in den Besitz und in sein Eichentum kriegen. Es ging ihm nicht um die Mark 30, die das Heft gekostet hat, es ging ihm um sein Leber. Der Mensch identifiziert sich, oder um das genauer zu erklären, damit es auch jeder versteht, der Mensch schluppt in den anderen Menschen rein, den anderen wollen wir mal Sherry-Ketten nennen. Er findet sich in so Heftsche und ist da drin sein Eichen-Isch, um nicht zur Sache Iwer-Isch, nicht mit Iwer-Isch oder gar Iwer-Fliesig zu verwechseln. Und wann ein Mensch in der Trambahn sitzt, es darf auch die U oder die S, die Eisebahn oder sonst wie Bahn sein, nur im Omnibus wackelt es ein bisschen mehr und hat sein Heftsche bei sich, dann ist er für ein Viertel bis ein Stinchen ein andern Mensch, Iwer-Isch, wie bereits erwähnt. Mehr ist es weh, wann es auch weh tut. Mal ein Faustschlag wie ein Hammer in die Mare grob, ein Revolverknauf auf den Kopf, einen Streifschuss am Backe entlang, kurzfristig Ohnmacht, in der man zum Paket verschnürt wird, muss man schon mal in Kauf nehmen. Hauptsache man hockt nicht im Büro, wo einem der Chef, ein bisschen Schäpp, über die Schulter guckt, ob man auch seine Arbeit richtig möchte. Wichtig ist, dass man überlebt, ob im Heftsche oder im Büro. Der Mensch aber, dem in der Trambahn sei Iwer-Isch abhanden gekommen ist, überlegt sich ein Neuspiel. Er denkt sich selber aus, wie sein Lewe gerettet wird. Er hat's. Das Maschinengewehr, das ihn vom Lewe in den Tod befördern soll, ist nicht geladen. Die anderen haben die Munition vergessen. Da kommt der Kontrolleur. Der Mann ohne Heftsche ist noch so in Gedanke, dass er seine Wochenkertsche zieht, es dem Kontrolleur unter die Nase hält und sagt FBI! Wie ist eigentlich immer die OT zu? Das ist eine Verantäne. Wie ist es ein Verantäne? Ich habe das. Ich habe die Eingang, das ist eine Korre aufgerüstung vor.